Donald Trump ist nicht eine Gefahr für den Deep State. Die Außenpolitik, die sie betreiben, ist zu 95 Prozent die gleiche. Damn shit, bro. Anderes Gewand. Weil die gar nicht die Leute sind, die die wirklichen Entscheidungen treffen. Da gibt es noch eine Hand hintendran, die den dumm macht, Digga. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann vertraust du niemandem mehr von diesen JungsInnen. Und das hört sich an wie eine miese mystische Verschwörungstheorie, aber das sind Fakten. Guck sie dir an, die zwei Süßen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Lernen Love Lock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Donald Trump ist nicht eine Gefahr für den Deep State. Geopolitical Economy Report Deutsch. Also das wird ein Video, glaube ich, jetzt hier sein, wo jemand zeigen wird, dass Donald Trump also keine wirkliche Opposition ist und keine wirkliche Gefahr vom Deep State ist, sondern eigentlich auch mit dazu gehört. Und so, weißt du? Und ich finde das ein wichtiges Thema, weil viele Leute sich von diesen Leuten zu krass beeindrucken lassen, nur weil sie irgendwie eine Alternative darstellen und das Gegenteil von dem sagen, was die aktuelle Regierung sagt, damit sie ihre Stimmen abfangen, heißt es noch lange nicht, dass es wirkliche Alternativen sind. Und ich projiziere es genauso auf die AfD in Deutschland. Und deswegen finde ich das ein wichtiges Video. Da gehen wir jetzt rein. Ich liebe euch, haltet die Ohren steif. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentarchen und abonniert diesen Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Und dann sagen, er lefte troops in Syrien. You know what I did? I left troops to take the oil. I took the oil. The only troops I have are taking the oil. Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. Excuse me. I didn't? I'm the one that gave Ukraine offensive weapons and tank killers. Obama didn't. You know what he said? He said pillows and blankets. Okay. Wir hier konzentrieren uns auf Geopolitik und Wirtschaft. Das ist ganz klar. Es steht in unserem Namen. Und ein Thema, das ich oft zu vermeiden versuche, ist parteipolitische US-Innenpolitik. Es ist sehr frustrierend, über die US-Innenpolitik zu sprechen, weil die Leute dazu neigen, sehr dogmatisch und parteiisch zu sein. Sie wählen eine Partei, die Republikaner oder die Demokraten. Sie verteidigen sie um jeden Preis. Sie behandeln die politische Partei wie eine Sportmannschaft. Ist so. Oder einen Superheldin, der nichts falsch machen kann. Das passiert trotz der Tatsache, dass ironischerweise die Republikanische oder die Demokratische Partei viel Gemeinsamkeiten in ihrer Politik haben. Die Außenpolitik, die sie betreiben, ist zu 95 Prozent die gleiche. Same shit, bro. Same shit. Anderes Gewand. Diese zwei Parteien-Orthodoxie, ein Großteil ihrer Wirtschaftspolitik ist die gleiche. Und trotzdem werden Leute wütend, wenn du einen Demokraten kritisierst. Sie denken, du wärst ein Republikaner. Oder wenn du einen Republikaner kritisierst, denken sie, du wärst insgeheim für die Demokraten. Das ist halt, weißt du, wenn du einmal verstanden hast so ein bisschen und ein bisschen mieser in die Recherche reingegangen bist und noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen geschaut hast quasi, dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du merkst, ey, diese ganzen Politiker und Parteien und diese ganzen Sachen, die uns da präsentiert werden und diese angebliche Polarität, die da herrscht, die ist eigentlich nicht real. Weil die gar nicht die Leute sind, die die wirklichen Entscheidungen treffen. Da gibt's noch eine Hand hintendran, die den dumm macht, Digga. Verstehst du das? Und wenn man das einmal verstanden hat, dann vertraust du niemandem mehr von diesen JungsInnen. Dann fällst du auch nicht auf eine AfD oder auf einen Trump richtig rein. Weißt du? Auch wenn's da Unterschiede gibt. Und auch wenn der vielleicht ein bisschen unabhängiger ist als der andere, am Ende verfolgen die dieselbe Agenda, Bro. Am Ende werden die von den gleichen Leuten gesteuert, Digi. So. Und das hört sich an wie eine miese, mystische Verschwörungstheorie, aber das sind Fakten. Exactly. Bevor ich anfange, möchte ich betonen, dass ich keineswegs die demokratische Partei und Joe Biden verteidigen will. Wichtig. Joe Biden, der ein furchtbarer Präsident war, weshalb seine Zustimmungsrate so extrem niedrig ist. Aber ich werde über Donald Trump sprechen und über die Tatsache, dass Donald Trump keine sogenannte Bedrohung für den tiefen Staat ist. Er ist keine Bedrohung für die Eliten. Schau mal einfach, was da über Israel erzählt, der Cousin. Einfach Themen, da können die sich nicht zu äußern. Da können die auch nicht gegen den Deep State sein, weil das sind übergeordnete Themen. Trump ist selbst eine Millionärselite, der finanziert wird von vielen prominenten Milliardären der Wall Street, worüber ich heute sprechen werde. Und als Donald Trump Präsident war, war seine Außenpolitik sehr ähnlich. Guck sie dir an. Guck sie dir an. Die zwei Süßen. War seine Außenpolitik sehr ähnlich der Außenpolitik der republikanischen und demokratischen Präsidenten vor ihm. Er unterstützte weiterhin Kriege auf der ganzen Welt, unterstützte Putsche und Regimewechsel und verhängte Sanktionen gegen andere Länder. Donald Trump persönlich ordnete die Ermordung ausländischer Politiker an, was ziemlich ironisch ist heute. Und die einfache Tatsache ist. Da stehen sie alle in der Reihe hier. Die ganzen Jungs. Da stehen sie alle in einer Reihe hier. Denkt ihr echt, da gibt es so einen großen Unterschied zwischen denen? Seid mal ehrlich, jetzt hört mal in euer Herz rein. Es gab viele, viele weitere Ähnlichkeiten bei der sehr aggressiven und kriegerischen Außenpolitik von Donald Trump, wie es sie zu der Außenpolitik von Obama, George Bush, Bill Clinton, Ronald Reagan und Joe Biden gab. Die Tatsache ist, dass seit Jahrzehnten jeder einzelne US-Präsident ein Kriegsverbrecher war, der auf der ganzen Welt Kriege führte und versuchte, ausländische Regierungen zu stürzen. Donald Trump ist keine Ausnahme davon. Dennoch, viele Trump-Unterstützer behaupten, dass auf ihn gezielt wurde, weil er ein Feind des Deep States ist und dass dort ein Deep State war, der versuchte, ihn zu ermorden. Am 13. Juli bei der Kundgebung in Pennsylvania, bei dem ein Schütze angeblich versuchte, Donald Trump zu töten. Okay, jetzt gehen wir da rein, Digga, ist auch aufgegriffen. Der macht das auch echt schnell, ne? Das ist auch eine krasse Arbeit, Alter. Der übersetzt hier 55 Minuten Video auf Deutsch. Ähm, und das ist kein altes Video, weißt du? Crazy. Diese Story ist sehr, sehr seltsam. Der Schütze wurde identifiziert, er wurde getötet am Tag des Anschlags. Er war ein 20-Jähriger namens Thomas Matthew Crooks. Und die Ironie ist, dass er eigentlich registriert war als ein Republikaner. Er war ein stolzer, patriotischer, konservativer Amerikaner. Er war sehr jung, er machte seinen Abschluss 2022 an einer High School in Pennsylvania. Und auf seinem Abschlussfoto trug er ein T-Shirt mit der US-Flagge darauf. Und lokale Medien berichteten, dass sie seine Klassenkameraden interviewten, die sagten, er sei politisch-konservativ eingestellt. Die Mehrheit seiner Klassenkameraden waren Liberale, aber er stand, egal was passierte, immer auf der konservativen Seite. Also, diese Geschichte ist sehr seltsam. Ein 20-Jähriger republikanischer Konservativer. Nun, ein... Alles auch drumherum so ist sehr, 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 sehr weird, was da passiert ist, weißt du? Das ist doch nun auch ein Bauernopfer gewesen wahrscheinlich. So jemand, dem das einfach untergeschoben wurde. Weißt du? Was da genau passiert ist, weiß keiner von uns. Wir stellen alle hier nur Theorien auf. Aber ich zweifle mittlerweile sehr stark daran, dass der Typ wirklich der Schütze überhaupt war. So, um ehrlich zu sein. Und dass der das auch alles geplant hat. Selbst wenn er Schütze war, dass der das alles geplant hat und so, weißt du? Da zweifle ich sehr, 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 sehr stark dran. Sehr stark. Wie der Trump-Unterstützer behaupten, dass die Linken versuchten, ihn zu töten, weil dieser Schütze, Thomas Matthew Crooks, als er 17 Jahre alt war, ein Teenager, 2021, eine Spende von 15 Dollar an ein politisches Aktionskomitee, ein PAC, das angeblich progressiv ist, gemacht hat. An das Progressive Turnout Project. Aber in Wirklichkeit, wie der unabhängige Journalist Ryan Grimm zeigte, ist das tatsächlich kein progressives Pakt. Es ist tatsächlich eine Spam-Operation. Er bezeichnete es als eines dieser Spam-Pakete. Ja, die haben gesagt, das war ein demokratisches Unterfangen, wo der da donatet hat, seine 15 Dollar. Und dann haben die das so hingestellt, als ob der Demokrat das war. Und anscheinend ist es gar keine demokratische Sache gewesen. Die massiv deinen Posteingang bombardieren. Und er veröffentlichte ein Beispiel, ein Screenshot von einem dieser E-Mails, die dieses Pack rausschickt. Die irgendwie Zugriff auf deine E-Mail bekommen. Und du weißt, du hast wahrscheinlich schon so ein Zeug in deinem Spam-Ordner gesehen. Und sie schicken dir einfach hunderte und hunderte von Spam-Nachrichten mit. Du weißt, Umfragen zu, sollte Präsident Joe Biden Donald Trump begnadigen. Und sie versuchen oft, Leute dahin zu verwirren, ihnen zu spenden, in dem Gedanken, eine Rechnung sei überfällig, oder sie müssten was für ihre Steuern tun. So täuschen sie Menschen. Also ist es nicht überraschend, dass ein 17 Jahre altes Kind eine 15-Dollar-Spende macht. Das bedeutet nicht, dass er ein Linker war, in keinster Weise. Tatsache, ein Sprecher dieser Spam-Aktion verriet sogar, dass der Schütze sich tatsächlich von der Mailing-Liste abmeldete, ein Jahr später, 2022, als er 18 Jahre alt war. Es gibt also keinerlei Beweise, dass der 20-jährige Schütze zum US-Deep State gehörte. Er arbeitete nicht in der Vergangenheit für einen Geheimdienst oder eine Polizeibehörde. Er hatte keine andere Berufserfahrung als die eines Diätassistenten. Er arbeitete in einem Altersheim. Und nochmal, er schloss gerade die Highschool ab. Vor zwei Jahren, er war ein eingetragener Republikaner. Sein Klassenkamerad sagte, er sei konservativ. Wir haben keine Ahnung, warum er das tat. Ich bin nicht hier, um zu spekulieren. Ich spreche über Außenpolitik und Geopolitik heute. Ich möchte nur anfangen, das zu betonen, weil die Leute behaupten, dass es wie eine Deep State-Operation ist oder es politisch motiviert durch die Linken sei. Das ist Blödsinn. Es gibt keinerlei Beweise und die Leute sollten aufhören, so verantwortungslos zu spekulieren. Was sonst? Also was will er denn quasi daraus schlussfolgern, dass das ein selbstgeplantes Ding war? Von seinen eigenen Leuten oder was? Oder einfach halt von... Also was ist denn die Schlussfolgerung dann? Was wäre denn die andere Variante so? Wenn es jetzt keine Deep State-Aktion war. Oder es war eine Deep State-Aktion, aber Trump ist auch im Deep State und wusste Bescheid oder was? Oder was will er damit sagen? So, weißt du? Aber ich bin auf jeden Fall bei ihm, dass diese ganzen Informationen über den Schützen und die ganze Sache generell einfach stinkt so. Die stinkt zum Himmel, Digi. Ganz klar. Was da... Wo der Gestank herkommt? I don't know, Bro. I don't know. Worüber ich heute sprechen möchte, ist, warum Donald Trump in keiner Weise eine Bedrohung des US-Deep State ist. Im Gegenteil. Wenn du dir Donald Trumps Außenpolitik während seiner Amtszeit ansiehst und die Außenpolitik, die er seit seinem Ausscheiden aus dem Amt vorantragt, während er erneut für das Amt des Präsidenten kämpft, kannst du ganz klar erkennen, dass er mit der großen Mehrheit des außenpolitischen Establishments in Washington übereinstimmt, wenn es um die Unterstützung von Krieg, Unterstützung des Imperiums, Unterstützung von Sanktionen und Unterstützung von Regimewechseln geht. Wie ich euch heute mit konkreten Beweisen und Quellen zeigen werde, hat Donald Trump, als er Präsident war, tötete er den obersten General des Irans in einer Kriegshandlung gegen den Iran. Er tötete auch einen hochrangigen irakischen Militärbeamten und die irakische Regierung befahl Trump, die US-Truppen abzuziehen, die den Irak besetzten. Er lehnte den Abzug ab. So hielt er die illegale US-Besetzung des Irak aufrecht. Er hielt auch die illegale US-Militärbesatzung Syriens aufrecht und prahlte damit... Mich hätte mehr interessiert, so die Verbindungen, die er hat, weißt du? Von welchen Leuten, der unterstützt wird teilweise. Welche Verbindungen er hat zu Leuten, die definitiv auch so Deep-State-mäßig unterwegs sind, weißt du? Auch Connection zu Israel, dies, das, bla. Das hätte mich mehr interessiert als die Kriegsverbrechen. Dass jeder Präsident Kriegsverbrechen am Laufen hat und dass sie da ganz unmenschliche Sachen fabrizieren. Jeder amerikanische Präsident. Das ist mir bewusst auf jeden Fall. Mich hätte mehr noch interessiert, diese Connections zu den Leuten. Weißt du, dass man so rausarbeitet quasi, dass der connected ist mit den gleichen Leuten wie alle anderen Präsidenten auch. Dass er Syriens Öl stahl. Außerdem begann er einen Putschversuch und eine gescheiterte Invasion in Venezuela. Er baute massiv die Sanktionen gegen Kuba auf und rief zum Sturz der Regierung Kubas auf. Er unterstützte einen gewaltsamen Putschversuch gegen Nicaraguas linke Regierung. Er unterstützte einen erfolgreichen Putsch gegen Bolivians linke Regierung. Er setzte den Krieg in Afghanistan fort, verweigerte Truppenabzüge. Er erweiterte den Krieg gegen Jemen, verweigerte das Ende des Kriegs gegen Jemen. Und als seine Top-Außenpolitik-Offiziellen ernannte Donald Trump die wichtigsten Vertreter des US-Deep States. Donald Trumps erster Außenminister war Rex Tillerson, der war ein CEO von ExxonMobil, dem Ölkonzern. Sein nächster Außenminister war der ehemalige CIA-Direktor. Bro, Leon, bist du auch Deep State? Ey, Jungs, Mädels, hört auf, sowas zu schreiben, ich muss inkognito bleiben, mein Junster, auf damit jetzt. Mike Pompeo, ein Hardcore-Neokonservativer. Die CIA ist der König des Deep State. Krass, der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Alex Johnson, ne, sehr ehrlich. Und Donald Trump übertrug dem Deep State die Leitung des Außenministeriums. Im wahrsten Sinne des Wortes, die CIA betrieb Donald Trumps Außenministerium. Außerdem, die kriegst du auch nicht weg. Die kriegst du, die kriegst du nicht weg, Digi. Weißt du, wie ich meine? So, die sind da die ganze Zeit. Und der nächste Präsident, der in Office kommt, wird sofort gebrieft. Dann wird gesagt, so Junge, das kannst du, das kannst du, das kannst du nicht. Hier kannst du deinen Mund aufmachen, hier kannst du ein bisschen so tun, als ob du anders bist als die anderen Präsidenten. Hier musst du aber ganz klar deine Schnauze halten. Diese Themen musst du unterstützen. Und die sind die ganze Zeit konstant da. Die kannst du nicht wählen auch. Die Leute, die wirklich die Fäden in der Hand haben, die stehen nicht zur Wahl. Das wäre ja, das wäre ja, also wenn das wirklich so wäre, dann kannst du ja die Kontrolle nicht bewahren. Wie willst du denn die Kontrolle bewahren, wenn man dich abwählen kann? Weißt du, die sind doch nicht dumm. Was denkt ihr denn? Also, denkt ihr echt, denen ist so wichtig, dass es authentisch ist alles und dass wir wirklich eine Wahl haben, dem Fußvolk. Für die sind wir irgendwelche dummen Idioten, die gar keine Ahnung haben. Die denken so, dass sie sagen, ey, wenn wir der Bevölkerung irgendwie Chancen geben würden, was mitzuentscheiden, dann, die sind so dumm, die wissen gar nicht, was los ist. Weißt du, das können die nicht zulassen. Er nannte Donald Trump als nationalen Sicherheitsberater John Bolton, den Erz-Neokonservativen. Der war in der George-Busch-Regierung. Er war ein Architekt des Irak-Krieges. Er sah niemals einen Krieg, den er nicht liebte. Und er half bei der Fortführung dieser kriegstreiberischen Politik unter Donald Trump. Denn in Wirklichkeit hat Trump einfach viele der Neokonservativen aus der Regierung von George Bush und Ronald Reagan zurückgebracht. Trump brachte auch Kriegsverbrecher wie Elliot Abrams zurück, der seinen Putschversuch in Venezuela beaufsichtigte. Elliot Abrams war einer der Masterminds hinter dem Iran-Kontraskandal in der Ronald-Regan-Regierung in den 80ern. Also alles, was du zu tun brauchst, ist ein Blick auf die Leute, die Donald Trumps Außenpolitik leiteten. Sie waren buchstäblich Teil des Deep State. Der Deep State steuerte Donald Trumps Außenpolitik. Er ernannte sie freiwillig. Niemand sagte ihm, er müsse diese neokonservativen Kriegshetzer zu seinen obersten Außenpolitikern nennen. Trump tat das freiwillig. Außerdem, was ich heute zeigen werde, Donald Trump schickte der Ukraine Waffen. Das ist halt crazy so, ne? Die selbst Obama ablehnte der Ukraine. Das ist halt krass, Digga. Obama lehnt das ab und der Trump schickt die rüber, oder was? Ukraine zu schicken. Trump kündigte zwei verschiedene Rüstungsverträge mit Russland, drohte Russland mit Krieg und Donald Trump begann den Handelskrieg mit China und den neuen Kalten Krieg gegen China, den Biden fortsetzte. Dies sind alles zweiparteiliche Politiken. Aber zuerst, womit ich heute anfange, ist Israel. Denn Israel begeht weiterhin schreckliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza, bombardiert Gaza mit Millionen von Dollar der US-Militärunterstützung. Natürlich Joe Biden, der demokratische US-Präsident, stellt die Bomben, die benutzt werden, um Kinder und Frauen und ältere Menschen und andere Zivilisten in Gaza zu töten. Aber Donald Trump und die Republikanische Partei unterstützen diese Politik entschieden. Und tatsächlich, Donald Trump selbst sagte stolz im März 2024, er sagte, dass er prallte, dass er, Zitat, der beste Präsident in der Geschichte Israels war. Außerdem, der beste Präsident in der Geschichte Israels, das ist so crazy, was sie für einen Impact haben. Und so, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ja. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich will da nicht zu tief reingehen. Berichtete die israelische Zeitung Haaretz über pro-israelische Spendensammlungen, die zur Unterstützung von Trump stattfinden. Und bei diesen Pro-Israel-Spendenaktionen wird Trump stolz bezeichnet als, Zitat, Der pro-israelischste Präsident der Geschichte. Wow. Pro-Israel-Gruppen sammeln Geld für Donald Trumps Wahlkampf und rühmen sich damit, er sei der pro-israelischste Präsident. Crazy. Das israelische Apartheid-Regime selbst stimmt dem zu. Als Trump Präsident war, errichtete der rechtsextreme israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu eine Siedlung auf den illegal besetzten Golanhöhen, die syrisches Hochheizgebiet sind, das Israel seit Jahrzehnten illegal besetzt hält, nach internationalem Recht. Nun, Netanyahu ging in dieses illegal besetzte syrische Gebiet, um eine neue Siedlung zu eröffnen, die genannt wird Trump-Heiß. Sie ist benannt nach Donald Trump zu Ehren Trumps. Krass, das wusste ich, das sind heftige Infos hier gerade, ja? ...verlässiger Unterstützung für Israel. Und natürlich verlegte Trump die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem, das ebenfalls illegal besetzt ist, nach internationalem Recht. Fast kein anderes Land auf der Welt hat das getan, nur die USA und ein paar Kolonien und Proxy-Regime. Und doch Donald Trump tat das und prahlte damit, Israel zu unterstützen. Und während Donald Trump 2024 für das Amt des Präsidenten kämpft, erzählt er Spendern auf Spendenveranstaltungen, dass er pro-palästinensische Demonstrationen in den USA deportieren, verhaften und abschieben will. Ich kenne da so einige Kandidaten aus dem englischsprachigen Raum, die extreme Trump-Fanatiker sind, die sich das mal reinziehen sollten. Und ich frage mich, wie die das rechtfertigen, weißt du? Weil die sind nämlich auch, die haben auch mies recherchiert, was so abgeht bezüglich Israel, Palästina etc. Die wissen da auch Bescheid. Und auch, was für einen Einfluss Israel auf Amerika hat und so. Und dass Amerika viele Entscheidungen gar nicht für Amerika, sondern für Israel entscheidet, wenn man das runterbricht so. Und aber trotzdem sich vom Trump fangen lassen und das so krass. Ich sehe das so in der, ich beobachte ja beides parallel, ne? Ich sehe in Deutschland diese, und das ist ja alles, das sind alles Leute, die mehr oder weniger, also wo man auch viel Gemeinsamkeiten hat, weil wir alle uns nicht geimpft haben. Wir sind alle gegen die Maßnahmen damals gewesen, haben alle verstanden, dass wir da big time verarscht wurden. Und auch bei anderen Themen sind wir alle da der gleichen Meinung. Aber dann kam dieser Shift auf einmal, wo dann Trump wiedergekommen ist und in Deutschland AfD. Und dann haben die einfach sich von denen extrem catchen lassen und sind jetzt voll in die Fänge von diesen Leuten geraten. Und vertrauen auf einmal wieder voll in eine politische Partei rein und sind wieder voll am Start so. Und das beobachte ich in beiden Ländern, also sowohl in Amerika als auch in Deutschland. Und das ist für mich teilweise echt unverständlich so. Weil diese Zeit hat uns doch gezeigt, wie krass wir verarscht werden teilweise von diesen Politikern und von diesen Medien und so, weißt du? Und dass viele Sachen einfach orchestriert sind, damit wir dann, so. Und ich dachte halt, wir sind aufgewacht, weißt du? Ich dachte, wir sind ein bisschen bewusster geworden. Ich dachte, wir hinterfragen kritisch und lassen uns nicht direkt wieder um den Finger wickeln, so. Und dann funktioniert das doch wieder, Digga, weißt du? Dann funktioniert das doch wieder und das finde ich teilweise einfach schade, so. Ich lese hier aus der Times of Israel, einer israelischen Zeitung mit dem Titel Trump sagt, dass er anti-israelische Studenten-Demonstranten deportieren wird, wenn er gewählt wird. Bei einer Spendenaktion sagte Trump, Zitat, wenn ihr mich wiedergewählt bekommt, werden wir diese Bewegung... Aber ich muss kurz erwähnen, dass es auch einige Leute gibt, die das nicht direkt mitspielen, so, weißt du? Einige sehr aufgeweckte Leute, die ich auch gefühlt habe und die ich auch schon lange verfolge und die auch in dieser Szene, in dieser alternativen Szene unterwegs sind. Ich zähle mal ein paar Namen auf in Deutschland. Auf jeden Fall Kayvan, Ernst Wolfdegger, Belasch, Marc Friedrich auch. Aber da gibt es schon so ein paar, wo ich sage, Chrissy auch, Chrissy, Chrissy, so. Aber da gibt es leider auch ein paar Namen und viele Namen, wo ich sagen muss, pah, weißt du? Aber ey, jeder muss am Ende das tun, was er amazing findet. Exactly. Die Pro-Palästina-Bewegung um 25 oder 30 Jahre zurücksetzen, sie muss jetzt gestoppt werden. Trump sagte, Zitat, eine Sache, die ich mache, ist, dass ich jeden Student, der protestiert, aus dem Land werfe. Yassin sagt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, Digga, aber wenn es darum geht, so Kritik oder so negativ in Anführungszeichen Namen aufzuzählen, dann mache ich das nicht. Weißt du? Ich mache das nicht, weil ich bin halt nicht so. Wenn es positiv ist, dann sage ich, wenn es negativ ist, halte ich einfach meine Schnauze. Und er sagte auch, dass es schön sei, zuzusehen, wie die Polizei brutal pro-palästinensische Demonstranten brutal zusammenschlägt, auf dem College Campus in den USA. Trump ist buchstäblich so pro-israelisch, wie es geht. Er ist stolz darauf. Die Ironie ist, dass der demokratische Präsident Joe Biden auch so pro-israelisch ist. Ach nee. Aha. Wie es nur geht. Er schickt Millionen von Dollar an Waffen an Israel, während es Kinder bombardiert. Und Trump möchte gerne noch mehr Waffen schicken. In echt. In der katastrophalen Debatte, in der Biden nicht mal sagen konnte, wo er ist, wie spät es ist und wie er heißt. Ich meine, Biden zeigt so deutlich einen extremen kognitiven Verfall. Aber in dieser Debatte kritisierte Trump Biden dafür. Er sei angeblich nicht pro-israelisch genug. Und als Beleidigung bezeichnete Trump Biden als einen Palästinenser. Es ist, wie sehr er die Palästinenser in Menschlicht hat. Die Ureinwohner Palästinens, die Etenen. Trump calls Biden a bad palästinian, Dekka. What the fuck? Gesäubert und bombardiert werden von Israel mit der Hilfe der US-Waffen. Trump hasst die Palästinenser so sehr, dass er das Wort Palästinenser als Schimpfwort benutzt. Israel is the one that wants to go. He said, the only one who wants to keep going is Hamas. Actually, Israel is the one. And you should let him go and let him finish the job. Fuck you, Bro. Fuck you, Bro. Free Palästin, Dekka. Free Palästin, verdammte Scheiße. Alle in den Chat rein. Jeder, der ein Herz hat. Diese Arschlöcher, ich weiß dir. Wollen einfach eine ganze Menschengruppe ausrotten, Dekka. Und wir gucken alle dabei zu, so weißt du. Und dann präsentieren die sich so als irgendeine krasse Alternative. Von wegen, oh ja, ich bin gegen den Deep State und ich mach das. Und du machst einen Scheißdreck, du Schwanz. Sorry, aber Bro. Du bist genauso eine Marionette wie der Typ daneben dir. Genauso. Fuck. Da werde ich ein bisschen emotional. Sorry für die Beleidigung. Aber so. Und tatsächlich ist eine von Donald Trumps Strategien im Wahlkampf zum Präsidenten, zu sagen, dass Palästinenser dasselbe seien wie Menschen, die die US-Grenze überqueren. Er sagte, dieselben Leute, die Israel angriffen, sind undokumentierte Einwanderer, die angeblich die USA überfluten. Er macht also buchstäblich Wahlkampf mit der Entmenschlichung der Palästinenser und verspricht aus voller Kehle eine uneingeschränkte Unterstützung Israels. Komme, was wolle. Das ist, wer Donald Trump wirklich ist. Aber wir kratzen nur an der Oberfläche hier. Rein technisch ist Trump da antisemitisch. Ja, safe. Aber es juckt halt niemanden, wenn du gegen Semiten gehst, die jetzt keine Juden sind oder nicht aus Israel kommen. Weißt du? Weil es sind ja dann, es sind ja, die haben ja einen anderen Glauben, das sind Moslems, Bro. Und das haben wir ja leider schon mitbekommen, dass in der Welt da ein sehr großer Unterschied gemacht wird. Wenn du Moslem bist, hast du auf jeden Fall schlechtere Karten, als wenn du eine andere Religion hast. Weißt du? Genauso wie wenn du aus Afrika kommst zum Beispiel. Da interessiert dich sowieso kein Schwanz für, wie viele Menschen da abgeschlachtet werden, ausgerottet werden und was auch immer. Also es ist einfach so, dass man immer mehr merkt, dass diese Mächte der Welt auch extreme Unterschiede zwischen Menschengruppen machen. Und das dürfen wir nicht mitmachen. Und das Traurigste für mich persönlich ist einfach, dass ich merke, dass auch die Bevölkerung langsam anfängt, da mitzumachen. Und da wieder so eine ekelhafte Spaltung stattfindet. Und wir wieder weiter voneinander weggetrieben werden. Obwohl wir eigentlich alle zusammenkommen müssten. Egal welche Hautfarbe, Religion herkommt. Wir sind alle Menschen, yo. Können wir das irgendwann mal verstehen hier auf der Erde? Dass wir alle Menschen sind und das keinen Unterschied macht, welche Hautfarbe, Religion oder Herkunft du hast? Dass das eigentlich scheißegal ist? So viel zu ergründen. Als Donald Trump Allkampf zum Präsidenten bei einer Spendenaktion macht, drohte er tatsächlich, China und Russland zu bombardieren. Ich lese hier aus der britischen Zeitung The Independent. Donald Trump deutete während einer Spendenaktion an, er hätte Moskau bombardiert als Reaktion auf Russlands Einmarsch in der Ukraine und Peking. Medien werden nie aufhören zu spalten, genau wie Politik Facts. Ist so. Ist so. Ist so. Das Einzige, was wir halt machen können, ist, dass wir Menschen das Bewusstsein dafür bekommen und dann nicht mehr mitspielen. Dann können die so viel Spaltung betreiben, wie die wollen. Wenn wir das einfach nicht annehmen. Und wenn wir sagen, lass dir erzählen, was die wollen. Wir lieben uns. Und wenn wir verstehen, dass die Leute extra diese Themen in die Gesellschaft reinhauen, damit wir uns spalten, damit sie uns besser beherrschen können. Und das geht halt nur über Bewusstsein. Das geht nur über, dass du verstehst, was läuft und nicht mehr mitmachst, nicht mehr partizipierst. Weißt du? Wenn du an den Punkt gekommen bist, machst du alles richtig. Und dann ist die Aufgabe halt, so vielen Leuten wie möglich versuchen, davon zu erzählen. Und ja, dass wir dann endlich mal irgendwann wieder zusammenkommen, so. ...angegriffen, wenn China in Taiwan einmarschiert wäre. Nun, Demokraten haben jahrelang diese lächerliche Verschwörungstheorie verbreitet, dass Donald Trump eine Putin-Puppe sei und dass Russland sich angeblich in die US-Wahl einmischte, um Trump gewählt zu bekommen. Diese lächerliche Russiagate-Verschwörung. In Wirklichkeit war es genau umgekehrt. Donald Trump und die Neocons, die er bestimmte für seine Außenpolitik, sie sind genauso verantwortlich wie Obama und Biden für den Krieg in der Ukraine, der ein NATO-Proxy-Krieg ist gegen Russland. Trump half, das aufzusetzen. 2019 Das ist krass. ...prallte Trump in einer Erklärung des Weißen Hauses damit, dass er die USA zurückzog aus dem Waffenabkommen über nukleare Mittelstrecken. Das ist schon ein heftiges Video, ne? Der packt schon krasse Sachen aus, finde ich, oder? Chad, was sagt ihr? ...waffen dem INF-Vertrag und Trump persönlich behauptete, dass angeblich Russland sich nicht an das Abkommen gehalten hätte. Dies brachte die USA einen Schritt näher, einen riesigen Schritt näher an einen Krieg mit Russland. Dann, ein Jahr später, zog Donald Trump die USA aus einem anderen Rüstungsabkommen mit Russland aus der Zeit des Kalten Krieges zurück, das zuvor mit der Sowjetunion unterzeichnet worden war, welcher der Open-Skies-Vertrag ist. Also Donald Trump und seine ernannten Neocons haben alle Waffenabkommen mit Russland gekündigt, was den Stellvertreterkrieg mit Russland deutlich wahrscheinlicher machte. Und genau das ist passiert. Tatsächlich schickte Trump tödliche Waffen in die Ukraine, die selbst Obama ablehnte, zu schicken. Und Obama trägt die Verantwortung für die Unterstützung des Putsches in der Ukraine 2014, der die demokratisch gewählte Regierung der Ukraine stürzte und diesen Stellvertreterkrieg überhaupt erst auslöste. Obama startete es, Trump erweiterte es und Biden hat es ausgeweitet. Es ist biparteiisch. Ich lese hier eine Nachricht von ABC News aus 2019. Trump-Regierung genehmigt neuen Verkauf von Panzerabwehrwaffen an die Ukraine. Und weiter, die Trump-Regierung genehmigte zuerst den Verkauf von Javelin-Raketen an die Ukraine 2017. Die Ironie ist, 2022, mit dem Krieg in der Ukraine in vollem Gange, prallte Trump, dass er der Ukraine die Waffen lieferte, die benutzt wurden, Zitat, so gut, um Russland zu bekämpfen. Er prallte, die Ukraine zu bewaffnen, zum Angriff und der Tötung russischer Soldaten. Also die Idee, er sei eine russische Marionette, ist so lächerlich absurd. Er hat den Krieg in der Ukraine genauso vorbereitet wie Obama. Die ultimative Ironie ist, dass Trump Obama kritisierte, weil Obama ablehnte, tödliche Waffen in die Ukraine zu schicken. Dieses Video zeigt halt einfach, was für ein Marionetten, also was für ein Theaterspiel das hier ist. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen finde ich das Video auch sehr gut, dass die Leute einfach mal auch das sehen jetzt und dann sich anfangen, hoffentlich dann mal zu fragen, so ey, sollte ich wirklich wieder irgendeinem vertrauen und denken, dass der der Retter ist und der alles tun wird gegen den Deep State und dies, das, blablabla. Es ist wichtig, dass die Leute diese Aufwachmomente haben, so deswegen machen wir das hier, ich liebe euch. Weil er keine... So ein Video müsste es auf Deutsch mal auch über die AfD geben, sag ich dir ehrlich. ...der Vertreter Krieg mit Russland anheizen wollte, obwohl Obama ihn begann, in vielerlei Hinsicht. Und Trump sagte stolz in einem Interview, er prallte, ich schickte Waffen in die Ukraine, anders als Obama, der schickte Kissen und Decken. Hier ist der Clip. People don't understand, why you never have a harsh word for Vladimir Putin. Okay, you're ready? I don't understand. You don't know what I talked about with Putin in the meeting process. You don't know what I talked about with Putin. Excuse me, I didn't. Und weil er ein bisschen gefronted wurde, zeigt er jetzt ein bisschen so sein wahres Gesicht so ein bisschen, ne? Sei ehrlich. Nun, was lustig ist, nachdem Trump das sagte, CNN veröffentlichte einen sogenannten Faktencheck. Sie waren so wütend, dass Trump das gesagt hat. CNN-Schluss folgerte, Trump übertreibe. Offensichtlich, natürlich, brauchst du das nicht zu überprüfen, jeder weiß das. Und dann prallte CNN, dass Obama der Ukraine Radargeräte schickte, zur Mörtelabwehr. So, jetzt, das ist Ego-Fights, Digga. Nein, Obama hat auch Waffen geschickt. Obama hat auch partizipiert, dass Menschen sterben. Das ist ein Theaterstück da. Panzer-To-Humvies, Nachtsichtgeräte und so weiter. Aber was CNN nicht erwähnte, ist, dass Trump sich auf einen Kommentar bezog, der gemacht wurde von dem rechtsgerichteten Führer der Ukraine, Petro Poroschenko, der ein enger Verbündeter von Donald Trump und einigen Leuten um ihn war. Poroschenko, genau wie Trump, war ein Milliardär. Er war bekannt als der Schokoladenkönig, Schokoladenoligarch in der Ukraine. Und er kam an die Macht nach dem US-Unterstützten-Staatstreich, den die Obama-Regierung 2014 organisierte, bei dem der demokratisch gewählte geopolitisch neutrale Führer der Ukraine gestürzt wurde. Aber der Punkt ist, als Poroschenko die USA 2014 besuchte, beschwerte er sich darüber. Und die europäische Nachrichten-Webseite Euroactive, die eine vehement antirussische, pro-ukrainische Nachrichten-Webseite ist. Diese Webseite ist so antirussisch, wie es nur geht. Es ist eine europäische Mainstream-Nachrichten-Webseite. Sie berichtet, dass der ukrainische Oligarchenführer Poroschenko in einer Rede vor dem US-Senat und dem Repräsentantenhaus zu tödlicher Hilfe aufgerufen hat. Und er beschwerte sich im US-Kongress, Zitat, Bitte verstehen Sie mich richtig. Decken, Nachtsichtgeräte sind auch wichtig, aber man kann den Krieg nicht gewinnen mit Decken. Mehr noch, man kann Frieden nicht mit einer Decke bewahren. Man kann Frieden nur herbeiführen mit Waffen, mit tödlichen Waffen, nicht mit Decken, Freunde. Wisst ihr Bescheid, ne? Also war es Trump, der sich auf einen Kommentar bezog, der von einem ukrainischen Führer gemacht wurde, mit dem er eng befreundet ist, der behauptete, dass Obama keine tödlichen Waffen an die Ukraine sendete, was Trump aber tat. Also die ganze Russiagate-Geschichte war lächerlich, aus so vielen Gründen. Ein anderes Beispiel war die NATO. Biden hat gesagt, Ich bin der beste Präsident zur Vereinigung der NATO und zur Stärkung der NATO. Natürlich, die NATO ist kein Verteidigungsbündnis. Die NATO ist ein kriegstreiberisches Bündnis. Es zerstörte Jugoslawien in den 1990er Jahren und das gibt es nicht mehr als Land. Die NATO zerstörte Libyen, stürzte die libysche Regierung. In dem 2011er Angriffskrieg tötete den libyschen Staatschef Muammar Gaddafi. Libyen hatte... Gaddafi in Manhattan und los. Den höchsten Lebensstandard in ganz Afrika. Es war ein gescheiterter Staat über ein Jahrzehnt. Die NATO brachte Freiluftsklaverei zurück nach Libyen. Und es gibt Freiluftsklavenmärkte in Libyen jetzt. Und Biden ist so stolz darauf. Tja, das ist fast mit jedem Land passiert, wo die NATO einmarschiert ist. Weißt du, ne? Also die Länder waren immer... Oder wo die einen Putsch gestartet haben, so. Die Länder waren immer kaputter danach als vorher. Und die haben uns ja immer verkauft, als ob die da Demokratie einführen wollen, als ob die den Menschen da helfen wollen und sich einsetzen wollen und irgendwas Positives schaffen wollen. Aber am Ende haben die dann nur ihr Öl da bekommen oder ihre politischen Interessen da vertreten, Israel beschützt oder was auch immer so, weißt du? Es ging nie darum, den Leuten zu helfen vor Ort. Nie. Das merkst du auch. Weil es diesen Leuten danach immer schlimmer ging als vorher. In jedem Fall. Es gibt nicht einen Fall, wo das aufgegangen ist und die jetzt irgendwie in einer harmonischen Demokratie leben. Diese Demokratiegeheuschel so. Wir leben auch nicht in einer richtigen Demokratie, weißt du? Das mal zu dem so. Aber auch zum anderen halt, das ist halt einfach offensichtlich. Und da merkst du halt, denen geht es nicht um Menschlichkeit, dass es den Leuten besser geht oder was auch immer so. Denen geht es nicht darum. Nun, Trump hat auch dafür Verantwortung für die Stärkung der NATO, dieses kriegstreiberische Bündnis. Als Trump Präsident war, forderte er von den NATO-Mitgliedern die Verdoppelung ihrer Militärausgaben von 2% des BIP auf 4% des BIP. Trump war sehr stolz darauf. Er sagte, jeder müsse seine Militärausgaben erhöhen in der NATO, weil er sich auf einen Krieg gegen China vorbereitete. Trumps Top-Berater Steve Bannon, er war der CEO von Trumps 2016er Präsidentschaftskampagne. Er sagte das ganz offen in einer Konferenz. Steve Bannon prallte, Zitat, wir sind im Krieg mit China. Er sagte es, wir sind im Krieg mit China. Und er behauptet, dass die USA ihn angeblich gewinnen, diesen Krieg. Trump war kein sogenannter pro-russischer Führer. Im Gegenteil, er bewaffnete die Ukraine für den Kampf gegen Russland in einem Stellvertreterkrieg. Stattdessen Trumps Strategie und Steve Bannon Strategie. Okay, Freunde, ich glaube, das Thema ist schon so rübergekommen. Ich glaube nicht, dass ich mir jetzt die ganze 55 Minuten reinziehe. Ich liebe euch, meine lieben Freunde auf YouTube. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. War mir ein wichtiges Anliegen, darauf zu reagieren. Ich meine, wir können vielleicht in einem anderen Stream noch mal ein bisschen weiter schauen. Aber bis hierhin reicht das jetzt erstmal. Wir haben schon grundsätzlich verstanden, in welche Richtung das Thema reingeht. Original-Video ist natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Gebt mir eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Lasst euch euren Kopf nicht waschen. Bleibt schön in eurer Mitte drin. Vertraut in erster Linie erstmal nur euch selbst und Gott. Und dann in nächster Linie dann eurer Familie, euren engsten Freunden, Seelenverwandten, was auch immer. Vertraut keinen Leuten, die ihr nicht wirklich kennt. Und die Politiker kennt ihr nicht wirklich. Die nutzen euch aus. Die wollen eure Stimme haben. Aufbiegen und brechen. Die würden alles dafür tun, um eure Stimme zu bekommen. Die würden euch anlügen, hintergehen. Die scheißen auf euch. Denen ist nicht wichtig, wie es euch geht. Und wie euer Leben aussieht. Und wie es eurer Familie geht. Oder wie ihr was zu essen auf den Tisch bekommt. Das ist denen nicht wichtig. Vergesst das nicht. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Peace out. Gang.